Drei, zwei, eins... Daneben! Willst du das bitte rausschneiden? Nee, das für das Prä-Intro. Jo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zusammen mit dem lieben Fix. Hallo! Und heute einmal etwas ganz anderes, denn Leute, ich werde jetzt zum Fortnite Pro. Dafür habe ich mir überlegt, dass ich mal meine Key-Settings, also meine ganzen Tastenbelegungen, ändern werde. Denn die hatte ich bisher nicht so optimal. Ich hatte mein Building auf der Maus und es hat nie wirklich gut funktioniert. Deswegen habe ich jetzt mal alles umgestellt. Also wirklich, so gut wie jede Taste ist jetzt anders. Irgendwie bauen habe ich jetzt auf der Tastatur, Waffen habe ich jetzt... Wir haben Fuß, ja. So, ich habe noch so ein Pedal. Nee, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Ich bin der größte Vollnug wieder. Aber auf meinem Weg zum Fortnite-Profispieler muss man halt mal auch hier was in Kauf nehmen. Ich glaube, das könnte echt lustig werden. Also, ja, let's go! Oh, ich müsste mir mal einen anderen Skin auswählen. Ich habe so viele Skins, ich weiß einfach trotzdem nicht, welchen ich spielen möchte. First World Problems. Aber es ist eine Wertanlage, weißt du. Mein Bankberater meinte zu mir, ja, ich soll das Geld unbedingt in Fortnite-Skins anlegen. Irgendwann so verkaufe ich meinen Fortnite-Account. Dann muss ich nie wieder arbeiten, denn dann liege ich nur noch am Strand. Leute, falls ihr Interesse habt, meinen Fortnite-Account zu kaufen, ne? Schreibt mich an. Ja, alles ab so drei Millionen Euro. Es ist okay. Also, drei Millionen verkaufe ich meinen auch und ich habe wenigstens Renegade, nicht so wie du, Lampen. Das schneide ich einfach raus. Ich gehe aufs Baumhaus, was kein Baumhaus mehr ist. Das ist so der größte Scam aller Zeiten. Ich meine, ich nenne das immer noch Baumhaus. Wir verändern alle meine Lieblingssachen, Alter. Immer. Ist hier keiner gelandet? Ich glaube, wir sind jetzt komplett allein. Es hat sich rumgesprochen, dass wir hier landen. In der Lobby habe ich schon die Flüsse angehört und gesagt, Alter, ist das nicht dieser Snogs? Ich glaube, die gehen nach Soltysprings. Lass da mal nicht hingehen, sonst töten die. Ist das nicht der Pro? Ey, wo ist die Lava hin? Die spawnt erst später. Oh. Ach so, okay. Also, du musst nah dran sein, dann spawnt hier jetzt. Hier, hier ist ein Gegner. Zugriff! Loll! Hinter dir. Er geht mir morgens. Das waren die größten Boards, Chris. Einer B. Okay, nächste Runde. Leute, an eurer Stelle würde ich direkt mal einen Daumen nach oben da lassen. Du fingst an. Hi Leute, ich bin stark. Hallo? Ah nein, das war Maxi. Oh, Schatz fired! Beef incoming! Pleasant, komm. Drei, zwei, eins. Der Schrei, der war so perfekt. Ich habe direkt erst mal die falsche Taste gedrückt beim Rausspringen. Und die habe ich nicht mehr... Das ist der Unbelegt. Ne, das habe ich nicht mehr unbelegt. Zum Baumhaus, was immer noch kein Baumhaus ist. Ist ihm aufgefallen, ich lande nur bei Baumhäusern. Oh ja, da ist er. Infanterieren! Aim ist noch da. Einer weg, infanteriert! Nice. Andere auch. Warum hast du die genommen? Was sollte das? Ich brauche die Entschuldigung. Immer nur, ich brauche, weißt du? Nee, ich gebe. Immer nur, ich will. Ich will, ich will, ich will. Man sagt ja, es ist ein Geben und Nehmen, aber Felix ist es einfach immer nur Nehmen. Was? Ich kann nicht anhalten! Meine Tastatur! Was war das denn? Oh, warte, da ist er. Durch die... Nice. Durch die Scheibe, durch, oh da. Ich bin Robin Hood. Oh, willst du auch Robin Hood sein? Schau mal hier. Ich komme, ich bin Robin Hood. Auf geht's, Robin! Auf geht's. Robin, kommst du jetzt? Ja, Robin. Warum heißen wir beide Robin, Robin? Alter, ich kann hier nicht mehr editen. Ey. Das tat weh. Das ist ein Flickshot, ey. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Intuition wahrscheinlich, Alter. Richtig die Intuition. Ich habe erstmal die falsche Taste gedrückt und mich fast selbst abgeschossen. Ich glaube, wir haben Pleasant gewonnen. Danke fürs Zuschauen. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Supporter Creator Code Snoxi und tschüss. Nee. Tschüss jetzt. Tschüss. Jetzt kommt ein Schwarzbild. Spaß, Leute. Wir gewinnen natürlich die Runde. Wir als Profispieler. Wir müssen jetzt einen Daumen nach oben da lassen, weil wir Profispieler sind. Wie oft wirst du das noch sagen? Du sagst es ja bei mir fast noch öfter als bei dir im Video. Ja, natürlich. Irgendjemand muss ja sagen, dass man einen Daumen nach oben da lassen soll. Wieso hast du voll Schild und ich habe gar nichts? Ich glaube, weil ich kein Damage bekommen habe. Da unten ist ein Automat. Gibt es da ein Schild? Ja. Ein Biggie. Biggie, Biggie, Biggie. Biggie, Biggie, Biggie. Biggie, Biggie. Biggie. Ah. Ah, nein. Man, nein. Ich bin froh, dass ich so gut bauen kann, ey. Ich bin voll Dämpfchen gekommen. Soll ich dich abholen? Nö, ich fliege hier mit einem Geysir. Gay. Mit Geysiri fliege ich. Das war der schlechteste Witz, den ich seit lange Zeit gehört habe. Hier ist noch ein Gegner. Geh nicht! Scheiße, Christy, du bist voll weit weg. Ah, ich habe Redapply. Er pumptelt. Habt ihr 10 Damage bekommen? Fühlt's, ich fühlt's. Yeah! Kau, Blut! Dein Ureinkel. Hier sind sie. Da. Schüttt mein Bogen, Junge! Boom! Oh! Wollen wir hier die Dings jetzt mitnehmen? Guck rein. Oh. Minis waren noch drin. Bisschen Weifeschuss, weil ich hatte nur 450. Könnte ich ein bisschen was nehmen. Würde ich sogar ein bisschen was abgreifen. Ich bin froh, dass man den Mates nicht aus dem Inventar Sachen klauen kann, weil ich wette, du würdest das machen. Würde dir alles kommen. So, auf einmal so, hey, wo sind meine Sachen hin? Goldene Skar, oh, schön, schlecht. Fix nimmt sich einfach alles. Hier ist ein Gegner. Leute, oben bei mir, oben bei mir. Oh, bin gut drin. Hohohoho! Hohoho! Hoho! Komme! Okay, du klaust ihn. Boah, da kommt noch. Pass auf! Nein! Launch noch einer! 115 Nate! Habe ihn! Nice! Oh, im Wald! Boah! 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 Bitte! Nein! Er finisht, er finisht, er finisht! Er finisht! Nein! Nein! Chris! Chris! Ich muss dich rächen! Chris, meine... Oh! Nicht nachgeladene Rakete, Junge! Jetzt muss ich hier den Chris wieder durchcarryen, ey! Nachgeladen? Nein. Drei, zwei, eins... Daneben. Kannst du das bitte rausschneiden? Nee, das für das Prä-Intro. Scheiße. Abonniert alle fix, danke. Das schneide ich raus. Nein! Du musst du Snogs drüber sagen. Abonniert alle Snogs. Robin? Tut mir leid. Achso, war das Robin? Der hieß Robin. War das wirklich? Was für ein Zufall! Schieß dir jetzt mal den Tod bitte. Ja, schau hier. Oh mein Gott! Karma! Oh no! Okay, Leute! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Spaß hattet, lasst gerne ein Abo da. Einen Daumen nach oben. Und schaut gerne bei fix vorbei. Wie gesagt, tragt mich auch gerne als Creator ein. Einfach Snogs wie im Fortnite-Shop. Und dann bis zum nächsten Mal. Dann wahrscheinlich schon mit etwas mehr Skill. Bis dann! Macht's gut und haut rein! Tschüss! Tschüssi!